Ja, moin Leute, Memphis am Mikro und herzlich willkommen zu der lange versprochenen Mod-Vorstellung der dritten Staffel Let's Play City Skylines Snowfall. Ich würde jetzt aber direkt erst einmal kurz anfangen, wie kommt ihr überhaupt anschließend an diese gesamten Karten und Modifikationen dran, die ich hier in der zweiten Staffel oder jetzt eben auch in der dritten Staffel verwendet habe. Das Ding ist, ich habe für die zweite Staffel, die jetzt ja schon eine Weile abgeschlossen ist, bei Steam schon lange eine Kollektion erstellt, wo ihr an das Savegame drankommen könnt. Und ja, auch direkt alle Modifikationen, die ihr davon benötigt, runterladen könnt. Und zwar müsst ihr dafür einfach in Steam in der Bibliothek hier auf City Skylines gehen, anschließend runter auf den Workshop, Workshop durchstöbern, da einmal draufklicken. So, und dann öffnet sich dieser ganze Kram hier und dann müsst ihr oben einfach meinen Namen eingeben, also Memphis. So, dann drückt ihr einmal Enter. So, und das ist jetzt ein bisschen tricky komischerweise und zwar ist das jetzt hier, was hier angezeigt wird, Entschuldigung, nur das Savegame. Ja, das heißt also, Safter Gaming Altenburg Staffel 2, das ist eben das Savegame. Ne, man sieht auch oben dieser eine Weg, den wir hier gebaut haben auf die Bergspitze. Also wie gesagt, das ist wirklich das aktuellste Savegame, kurz bevor wir das Ganze dann überflutet haben. So, um jetzt an die gesamten Mods zu kommen, die mit diesem Savegame zusammenhängen, gibt es hier unter, hier drunter, ja so einen Punkt, der heißt SG-Staffel 2 Mods von Memphisis. Und das Ganze ist eben eine Kollektion. So, wenn ihr da draufklickt, ich mach das jetzt mal, ja, genau, das ist jetzt natürlich meine, ich kann jetzt hier bearbeiten und so. Aber ihr könnt dann hier einfach auf alle abonnieren klicken und abonniert dann mit einem Schlag die 654 Objekte, die sich in dieser Kollektion befinden. Und da sind wie gesagt auch diese gesamten Gebäude hier dabei, zum Beispiel, die wir gebaut haben, die Öltanks aus dem, ja, aus dem Hafen, hier natürlich auch, ja, Kräne etc., Objekte. Die Karte kommt natürlich auch mit. Also, da ist wirklich alles dabei. Und genau, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob es dann funktioniert hat. Also, wie gesagt, einfach auf alle abonnieren klicken, dann braucht ihr ein bisschen Geduld, weil hier, wie ihr seht, es ist wirklich saumäßig viel, was da in diesem Let's Play verbaut wurde an Mods und Props und etc. Genau, egal, so kommt ihr da auf jeden Fall dran. Und dasselbe werde ich natürlich dann auch mit der zweiten Staffel, äh, mit der dritten Staffel machen. So, und da kommen wir jetzt zu. Und zwar fangen wir erstmal an, welche Karte haben wir da überhaupt verwendet. Ähm, wir haben verwendet die Karte Paradise Reef, die seht ihr hier. Da gibt es zwei Versionen von, das ist ganz wichtig. Einmal die Version, die, ähm, mit Modifikationen arbeitet. Das heißt, die Karte an sich hat schon Mods integriert. Ähm, da gibt es dann hier zum Beispiel, ja, so Korallenobjekte etc., die man da auf jeden Fall dann, äh, ja, braucht, um diese Karte zu spielen. Für Leute, die diese Mods nicht haben oder nicht runterladen können oder irgendwie Kompatibilitätsprobleme damit haben, gibt es diese Karte übrigens auch in der Standardversion modfrei. Ganz wichtig, das Savegame der dritten Staffel wird, selbstverständlich nur mit dieser Version hier, also mit der gemoddeten Version, dann funktionieren. Ich werde da aber auch alles, was ihr benötigt, dann in diese Kollektion reinpacken, wenn es soweit ist. So, kommen wir zu den Mods. Oder vielleicht noch vorher mal kurz gucken, äh, Objekte. Genau, unter Objekte sind, wie gesagt, die ganzen Sachen, die ich hier verwende. Die werde ich jetzt nicht alles vorstellen, weil das sind wirklich saumäßig viele. Ähm, wie gesagt, kriegt ihr dann auch alles über die Kollektion. Hier sind jetzt noch so ein paar Sowjet-Sachen dabei, die werde ich natürlich dann nicht da reinpacken. Genau. Kommen wir jetzt zu den Mods. Ähm, eine ganz wichtige Mod direkt zu Anfang, das ist die 81-Teils-Mod hier oben. Die sorgt dafür, dass ihr ja sozusagen alle Bauflächen auf der Karte freischalten könnt. Und ich glaube, in der Standardversion, jetzt darf ich nicht lügen, ähm, wie viele Quadrate sind das? Ich glaube, in der normalen Version hat man 25 Quadrate, die man nach und nach kaufen kann. Ja, ähm, dann ist Schluss und man muss die natürlich auch erstmal freispielen. So, für alle, die da keinen Bock drauf haben, 81-Teils, dann kann man, wie gesagt, 81 bauen. Deutlich mehr als sonst. Man kann wirklich bis zum Kartenrand, da wo die Kamera dann auch, äh, ja, sozusagen die Sicht schon verschwimmt, äh, bis dahin eben bauen an diese Grenze. Richtig coole Sache. Dann Adaptive Prop Visibility Distance. So, jetzt habe ich es. Ähm, da wird sozusagen die Distanz von Props, zum Beispiel von solchen Bäumen oder Flugzeuge hier im Hintergrund, ähm, erhöht. Das heißt, je weiter man Raum rauszoomt, dann, äh, verschwinden die Sachen manchmal relativ schnell. Hier mit dieser Modifikation eben nicht, beziehungsweise auch, aber da muss man eben weiter raus scrollen. Ist ganz gut, wenn man einen leistungsstarken Rechner hat und auf eine schöne Grafik steht. So, die Advanced Toolbar, die ist ziemlich geil, ähm, da hat man links von der Toolbar, also wo man dann Bäume etc. platzieren kann oder Props oder Parks, ein Pluszeichen. So, wenn man da drauf klickt, ne, ist das hier unten diese Bar, sozusagen, diese Leiste, wird das Ganze ausgefahren und man hat drei Objekte immer untereinander. So, das ist auf jeden Fall eine richtig geile Sache. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, das ist gerade, wenn man viele Objekte hat, ähm, unglaublich übersichtlich. So, Airport Roads ermöglicht es, die Straßen von Flughäfen zu bauen. Ähm, habt ihr, denke ich mal, in der zweiten Staffel gesehen, in der dritten habe ich es jetzt noch gar nicht benutzt, weil wir da halt keinen Flughafen gebaut haben. Ähm, ähm, ist aber ganz cool, um eben individuelle Flughäfen zu bauen. So, Assets Icons, Asset Icons ist eine Mod, dass einfach, ähm, ja, Assets dann auch dementsprechend die richtigen Texturen angezeigt bekommen unten im Mod-Menü. Das, ähm, ist häufig so, dass dann da sonst irgendwie so ein weißer Platzhalter hin platziert wird. Äh, das ist quasi hier so eine Mod, die das ganze Problem fixt. Also gerade mit modifizierten Objekten gibt es da häufig sonst Darstellungsprobleme in der Leiste unten. Ja, Automatic Bulldoze ist einfach eine Pflichtmod, meiner Meinung nach. Die reißt nämlich Gebäude ab, die abgebrannt sind, etc. oder leer stehen. Die werden dann automatisch abgerissen. Das heißt, ihr müsst nicht unten immer auf den Bulldozer klicken und dann irgendwie euch einmal durch da, ja, das komplette Zeug durcharbeiten, was irgendwie leer steht. Das wird dann automatisch hier gemacht. So, Building Eyedropper Tool ist auch eine Mod, die ich sehr gerne verwende. Damit könnt ihr über ein Gebäude fahren mit der Maus. Einmal T drücken auf der Tastatur und dann kopiert ihr das und könnt das dann überall, ja, neu platzieren. Das ist halt eine ganz nette Sache, wenn man irgendwie Gebäude klonen möchte. Genau. Dann Building Panel Already Exists Fix. So, das ist eine Mod, wenn man spezielle Gebäude wie zum Beispiel ein Stadion oder ein Hochhaus bauen möchte, würde unten in der Mod-Leiste oder Objekt-Leiste angezeigt werden, dass dieses Gebäude, wie gesagt, bereits gebaut wurde. Damit wird das gefixt, ne, dass es dann eben, ja, ganz normal weiterhin angezeigt würde, als hätte man es noch nicht gebaut. An sich eine Mod, die man eigentlich nicht braucht. Ich finde es aber ein bisschen übersichtlicher, da ich Gebäude eben aus dieser Leiste auch doppelt und dreifach verwende und das ist, das nervt halt einfach dann. Genau. Dann Building Search. Die Mod benutze ich auch sehr häufig. Damit kann man Gebäude, Props etc. einfach suchen. Auch natürlich einfach Übersichtlichkeit, wenn man eben viele Mods hat oder 600 Objekte, wie ich bei der letzten Staffel, dann, ja, dann braucht man das ab und an. Da findet man die Sachen auf jeden Fall deutlich schneller. Wie zum Beispiel auch die Bananenbäume. Genau. Building Themes. Auch eine elementare Mod für dieses Let's Play. Damit kann man Gebiete ausweisen, Stadtgebiete und kann neben Tourismus etc. Spezialisierung sagen, welche Gebäude in diesem Gebiet spawnen dürfen und welche nicht. Ja, also Building Themes ist auf jeden Fall absolut elementar. Empfehle ich jeden mal da reinzugucken. Die haben wir, wie gesagt, auch schon in der zweiten und dritten Staffel jetzt wirklich richtig exzessiv verwendet. Die ist einfach richtig geil. So. Ja, Clouds und Fogtogler sorgt dafür, wenn man weit rauszoomt, dass man eben keine Wolken und keinen Nebel mehr hat, die die Sicht versperren. Ist kein Must-Have, aber ich finde es einfach ganz schön, wenn man rauszoomt. Genau. Ja, Control Building Level Up. Damit kann man festlegen, dass in einem Gebäude oder in einem kompletten Gebiet die Gebäude maximal zum Beispiel Level 1 oder Level 2 oder Level 3 eben erreichen können. Ist eine ganz praktische Sache, wenn man eben zum Beispiel so ranzige Favelas bauen möchte mit Level 1 Gebäuden und nicht will, dass die aufleveln. Dass die eben auch auf diesem ranzigen Level eben bleiben. Dafür ist die ganz praktisch und auch ganz gut. Ja, Elevated Stops Enabler, die ist ganz wichtig, wenn man Bahnhaltestellen bauen möchte, die elevated sind, also erhöht sind. Wie zum Beispiel Berlin Alexanderplatz in der zweiten Staffel. Die Station kann man sonst nicht bauen. Genau. So, Enhanced Zoom Continued. Damit kann man eben weiter reinzoomen, beziehungsweise auch rauszoomen. Ich weiß gar nicht, ob damit auch die Ego-Perspektive möglich ist. Genau, damit kann man aber, wie gesagt, ziemlich stark zoomen. Ja, European Buildings Unlocker, der sorgt dafür, dass man die europäischen Buildings, also Gebäude und die amerikanischen gleichzeitig bauen kann. Das ist eine ganz coole Sache, vor allem in Kombination mit dem, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ist er denn, mit dem Building Themes hier, mit diesem Mod. Funktioniert das ganz cool zusammen. Dann Extended Building Information Mod. Damit kriegt man Informationen über Gebäude, zum Beispiel, ja, wie die Versorgung mit Feuerwehr, Polizeibildung, also Schulbildungssystem, Parkanlagen, öffentliche Verkehrsmittel, etc. ist. Wie ist die Demografie in dem Gebäude, also die Altersstruktur und die Bildungsstruktur der Leute. Das ist eine richtig geile Mod und würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ist super, um eben Probleme zu identifizieren, wenn zum Beispiel in einem Stadtteil nicht mehr gelevelt wird, also die Gebäude. Ja, Extra Landscaping Tools, die habt ihr schon ein paar Mal gesehen. Damit kann man, wie gesagt, ja, sehr viel hier an Landschaft verändern. Man hat auf der linken Seite dann auch noch so andere Pinselformen, kann die Pinselgröße und die Intensität sehr schön einstellen. Auf jeden Fall absolute Pflicht, das Ding. So, Extra Train Station Tracks, die ist ganz wichtig, damit man bei Stationen, wie zum Beispiel dem Hauptbahnhof, den wir in der letzten Staffel gebaut haben, dass man da einfach dann, wenn man da neun Gleise durchlaufen hat, auch alle neun ansteuern kann. Ja, ohne diese Mod funktioniert das nicht. Da müsst ihr dann Umschalt gedrückt lassen, wenn ihr die aktiviert habt und auf dem Bahnhof geht. Umschalt gedrückt lassen und dann könnt ihr das entsprechende Gleis dann anwählen. So, ja. Dann Fine Road Tool, die ist auch ziemlich cool. Damit kann man nämlich sehr schön Winkel etc. bauen und Höhen von Straßen. Straßen, das ist auf jeden Fall ne richtig coole Mod. Da sieht man dann hier auch, man kann halt anstatt, im normalen Spiel hat man glaube ich 12 Meter Stufen beim Aufbauen. Das heißt, wenn man eine Straße nach oben gesetzt kommt, 0 Meter, 12 Meter, 24 und so weiter. Hier kann man das Ganze eben viel detaillierter machen. Also ich glaube 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter. Also ganz feine Abstände. Sehr gut, auf jeden Fall absolute Pflicht auch meiner Meinung nach. So, Improved Public Transport ist auch eine unglaublich wichtige Mod. Damit kann man dann nämlich zum Beispiel, wie war es denn? Genau, man kann Linienfarben zuweisen, man kann die Linien umbenennen etc. Man kann einstellen, welche Fahrzeuge da fahren sollen. Das ist auf jeden Fall eine richtig wichtige Mod meiner Meinung nach und sollte man auf jeden Fall, ja, haben. So, Improved Mods Panel, das ist das, was ihr hier seht, dass das Ganze eben hier so als Liste angezeigt wird. Ansonsten hat man hier halt so ähnlich wie bei den Karten die Mods hier angeordnet. Und bei so vielen Mods, wie ich jetzt mittlerweile habe, nervt das dann. So, ich scroll mal ein bisschen runter. So, wir machen weiter mit der Loading Screen Mod. Damit sehe ich im Ladebildschirm immer, welche Mods geladen werden. Ist ganz gut, wenn das Spiel irgendwie mal an einer Stelle beim Laden abkacken sollte. So, dann kann man nämlich identifizieren, an welcher Mod das liegt. So, ja, More Beautification. Damit werden eben dann solche Sachen wie diese Burgmowern etc. in der zweiten Staffel freigeschaltet, die wir da gebaut haben. Oder jetzt auch die Brunnen teilweise. Das ist auch immer eine richtig wichtige Sache. Die werden dann, wie gesagt, als einzeln baubare Props rausgezogen. So, More Network Stuff. Damit hat man ganz viele neue, ich glaube, dass man damit neue Straßen hat. Und ich glaube auch hier zum Beispiel solche Linien hier, Chipline Tool und so ziehen kann. Ich glaube, das ist in der Kombination damit auch. Dann, Mod Traintracks ist, dass man eben auch, ja, das ist einmal diese normalen Gravel-Schienen, also mit Kies drunter. Dann kann man auch welche bauen mit Beton drunter etc. Also das ist halt auch eine ganz nette Mod für sowas. Dann, Multitrack Station Enabler. Das ist quasi dasselbe eigentlich wie hier oben schon dieser Multitrack Enabler bei den Bahnstrecken. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt gerade beide drin habe, ehrlich gesagt. Aber, genau, macht eigentlich nichts anderes, als dass man eben Stationen mit mehreren Gleisen bauen und verwalten kann. So, Network Extensions. Dies ist relativ wichtig. Da sieht man nämlich hier, da kann man super viele neue Straßen bauen. Zum Beispiel diese gesamten Straßen hier mit Autobahnen, die sechs Spuren haben etc. Absolute Pflichtmod hier, die Network Extension Mod. So, Network Skins gibt es noch. Damit kann man dann eben gucken, wie, ja, solche Straßen eben aussehen sollen etc. Das ist offenbar auch eine ganz nette Mod. Dann, No More Purple Pollution sorgt dafür, dass Industriegebiete nicht mehr mit diesem ganzen rosa Dreck verschmutzt werden. Das sieht einfach scheiße aus und damit deaktiviert man das. Also, ne, hier mit No More Purple. Dann, No Pillars. Damit kann man bei Straßen zum Beispiel einstellen, dass die keine, ja, Säulen oder Stützen bauen sollen, wenn man zum Beispiel eine Brücke baut. Das ist eine ganz nette Sache, wenn man zum Beispiel dann manuell da Brücken drunter bauen möchte. Dann braucht man, wie gesagt, keine Pillars, weil man da ja ein gemoddetes Objekt drunter hat. Genau, damit kann man das deaktivieren. Ja, No Radioactive Desert and More. Das ist quasi ähnlich wie dieser No More Purple Mod. Eben, dass man einfach dann, genau, einfach keine Verschmutzung da mehr auf dem Boden hat. No Seagulls. Das sorgt dafür, dass man dieses ganze Möwengeräusch im Hintergrund nicht mehr hat. Das nervt, finde ich, ziemlich. Dann, No Soil Limit. Kein Erdlimit oder Bodenlimit. Wenn man mit dem Terraforming Tool irgendwas aufschüttet, ja, braucht das Spiel eigentlich immer Erde. Das heißt, man muss irgendwo anders Erde wegschütten, um hier irgendwie eine Landzunge zu bauen. Damit wird das komplett deaktiviert. Man kann einfach so viel hinkippen, wie man will. Genau. Dann Not So Unique Buildings. Damit kann man eben einzigartige Gebäude mehrmals bauen. Das ist ganz wichtig. Dann One Way Street Arrows. Die kann man dann unten links anaktivieren. Wenn man zum Beispiel Einbahnstraßen gebaut hat, kann man dann auf so einen Button klicken und dann wird angezeigt, in welche Richtung die Einbahnstraßen gehen mit so dicken grünen Pfeilen. Das ist ganz praktisch beim Einbahnstraßen bauen. Genau. So. One Way Traintrack. Super wichtig. Damit kann man Einbahnstraßenschienen bauen. Das ist auf jeden Fall eine sehr praktische Mod, gerade wenn man häufig Probleme hat, dass Bahnstrecken sich häufig ineinander verkeilen und die Züge halt nicht mehr fahren, weil die an irgendwelchen Kreuzungen festhängen. Genau. Damit kann man das dann ein bisschen komplexer und besser bauen. Ja, Ploppable Rico. Damit kann man alle Objekte in diesem Spiel, auch normale Häuser, ja, sozusagen in dieses Rico-Menü rein speichern und kann die anschließend manuell setzen, wie ganz normale, besondere Gebäude. Auf jeden Fall eine sehr geile Mod. Kann man dann immer die Gebäude, wie gesagt, reinpacken und anschließend muss man das Spiel neu starten und dann funktioniert das. Richtig geile Sache auf jeden Fall. So, Precision Engineering. Auch richtig geil. Damit kann man, wie gesagt, wenn man Straßen baut, sehen, wie lang die gehen und man kann die Winkel beobachten. Also Winkel werden angezeigt. Das ist eine sehr schöne Sache. Dann Prefab-Hook sorgt dafür, dass gewisse Mods miteinander zusammenarbeiten. Ich weiß gar nicht, für welche das jetzt genau ist, aber genau, für manche war das auf jeden Fall Pflicht. Ja, dann Prop- und Tree-Energy sorgt dafür, wenn man dann Umschalt-P war es, glaube ich, drückt, dass man Bäume zum Beispiel einfach mitteln kann. Und man dann hinten in Gebäude reinsetzen kann oder Props auch. Super praktisch habe ich jetzt in diesem Let's Play hier auch schon ein paar Mal gemacht. Das Ding ist auf jeden Fall wirklich Pflicht meiner Meinung nach. Genau. Wichtig allerdings, wenn ihr dann Straßen baut, müsst ihr das wieder ausmachen. Ansonsten werden nämlich Bäume ignoriert. Wenn man eine Straße baut, kann es passieren, dass die Bäume da einfach drin stehen bleiben, die im Weg waren, die sonst abgerissen werden würden. Genau. Ja. Machen wir weiter mit dem Prop-Line-Tool. Das habt ihr jetzt schon ein paar Mal gesehen, in der letzten Folge vor allem, in Folge 10 war es, glaube ich. Da habe ich ja vor dem Fußballstadion so einen Park gebaut und damit kann man Linien mit Props ziehen, also mit Pflanzen, Blumen etc. Ähnlich wie ein Straßenbau-Tool. Also das ist genau das gleiche Menü wie beim Straßenbau, bloß eben, dass man das mit Props, also mit Dekorationsobjekten machen kann. Absolute Pflicht, richtig geil und kann man auf jeden Fall wunderschöne Parkanlagen etc. mitbauen. Dann Quay-Energy, dann kann man diese Küstenstücke, man kann ja so Mauern bauen zur Küstenbefestigung, kann man die überall platzieren. Das ist auf jeden Fall richtig geil, zum Beispiel auch für einen Straßenbau, dann kann man die nämlich an Land bauen. Ganz nette Sache auf jeden Fall, meiner Meinung nach keine Pflicht, aber ist auf jeden Fall auch ganz nett. So, Random Tree Rotation sorgt dafür, dass wenn man einen Baum bauen möchte und die Maus hier über dem Bildschirm so bewegt, der sich bei jeder Bewegung anders bewegt. Also der Tree halt irgendwie, der Baum irgendwie rotiert wird. Und das sorgt dafür, dass die Parkanlagen am Ende deutlich interessanter aussehen, weil wie gesagt, ja Bäume wie in echt eben auch dann eben zufällig in eine Richtung stehen. Also es ist halt, sorgt für ein bisschen mehr Abwechslung. So, dann der Service Vehicle Selector, dann kann man dann zum Beispiel bei Busstationen etc. einstellen, welche Fahrzeuge da fahren sollen. Das ist auf jeden Fall eine ganz witzige Sache. Haben wir zum Beispiel auch jetzt bei den Straßenbahnen verwendet. So, Sharp Junction Angle sorgt dafür, dass man, wenn man eine Bahnstrecke zum Beispiel baut oder eine Straße, dass man dann nicht so steil die Abfahrt bauen kann. Also man kann die dann ganz schmal an die Straße direkt dran bauen. Ist auf jeden Fall auch eine absolute Pflicht meiner Meinung nach. So, Shipline Tool. Damit kann man die Schiffslinien selber bauen, also Anschlüsse selber bauen. Auf jeden Fall auch eine wichtige Sache, wenn man irgendwie einen Hafen hat, der sonst keinen Schiffsanschluss bekommt. So, Softer Shadows ist wie gesagt eine Grafikmod. Damit kann man, hat man weichere Schatten, sieht einfach schöner aus. Some Roads habe ich jetzt gerade gar nicht aktiviert. Würde ich jetzt einfach mal aktivieren gleich. Mal gucken, vielleicht kriegen wir da noch ein paar schöne Sachen dazu. So, Subbuildings Enabler. Damit kann man zum Beispiel, wenn man einen Flughafen baut, den modular bauen. Dass man eben also wirklich an die ganz einzelnen Teile, wie den Tower etc. einzelne Terminates drankommt. Sehr wichtige Mod für sowas. So, Superdemand sorgt dafür, dass wir eine unglaubliche Nachfrage nach Industrie etc. haben. Ist ganz gut, wenn man eben eine Stadt so bauen möchte wie ich, so ein bisschen modellhaft. Dann weist man eben eine Fläche auf und sofort spawnen Gebäude. Also super Nachfrage sozusagen. So, Terraform Tool sorgt eben dafür, dass man Terraform Werkzeuge hat, um Landschaft zu formen, zu bearbeiten. Dann Toggle Traffic Lights. Damit kann man eben die Ampeln deaktivieren. Auf Kreuzung ist dann im Straßenbau unten so ein neues Ampelsymbol. Damit kann man dann wie gesagt die Ampeln hinzufügen oder wegnehmen. So, Traffic Manager, President Edition, der hat einige Funktionen, zeige ich mal kurz. Und zwar wird dann hier sehr schön simuliert, wie sich Fahrzeuge zum Beispiel verhalten. Man kann auch rücksichtslosen Fahren ein bisschen einstellen. Das heißt, die Leute fahren dann riskanter etc. Es gibt ja eh keine Unfälle in dem Spiel und dementsprechend kann man dann damit den Verkehr ein bisschen beschleunigen. Dann kann man hier noch die Advanced Vehicle AI, also Vehicle Künstliche Intelligenz sozusagen noch aktivieren. Allerdings muss man das, bevor man ein Savegame anfängt, machen. Ansonsten geht das nicht. Ich habe es leider vergessen. Vielleicht in der vierten Staffel dann. Ja, aber hier gibt es dann noch so mehr Optionen. Wir dürfen in Kreuzungen einfahren und etc. So, was man noch machen kann, ist, dass man Vorfahrtsschilder, zeitgesteuerte Ampeln machen kann, Geschwindigkeitsbeschränkungen, Fahrzeugbeschränkung, was darf über Kreuzungen fahren, welche Fahrspuren werden miteinander verknüpft. Habe ich bis jetzt noch gar nicht benutzt in der Mod. Wie gesagt, irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, werde ich das auch mal vorstellen. In so einem ganz einzelnen Video. Genau, dann dauerhaft sichtbare Overlays. Da kann man das, wie gesagt, doch an- oder ausmachen. Und genau, ist auf jeden Fall eine sehr schöne Mod, meine Meinung nach. Und auf jeden Fall Pflicht, wenn man eben mit Verkehrsproblemen zu kämpfen hat. Hiermit kann man auf jeden Fall da sehr viel machen, um das detailliert, wie in der echten Stadtplanung eben auch, aufzuheben. Ja, das nächste ist das Traffic Report Tool. Damit kann ich oben links auf eine Lupe klicken, dann auf ein Straßenstück. Und dann sehe ich, wo die Autos herkommen, die über dieses Straßenstück fahren, wo die hinwollen. Das ist richtig praktisch, um eben solche engen Stellen zu entschärfen. Wenn zum Beispiel hier von hier extremer Stau immer ist, kann ich gucken, okay, wo kommen die eigentlich her auf dieser Kreuzung. Und kann da eine Umgehungsstraße bauen. Genau. Auf jeden Fall auch eine ganz schöne Sache. So, dann, wo waren wir? Treebrush, genau, damit kann ich Plus oder Minus auf dem Nummernblock drücken, wenn ich Bäume pflanzen möchte. Und dann wird aus einem Baum dann so eine Fläche und ich kann eine ganze Fläche eben bepflanzen. Das ist eine ganz schöne Sache und genau. Dann, Tsunami-Desaster, genau. Wenn ihr Umschalt und die rechte Maustaste gedrückt haltet, oder links, ich weiß gerade gar nicht, wird ein Tsunami gespawnt an dieser Stelle. Je länger ihr gedrückt haltet, desto mehr Wasser spawnt, wie gesagt. Ja, letzte Staffel, könnt ihr euch ja nochmal reinziehen, das Finale, da haben wir das auch wieder richtig schön gemacht. Wird in dieser Staffel vermutlich auch passieren. Genau, ist halt ein ganz netter Gag, wenn man seine Stadt einfach vernichten möchte. Ja, Unlimited Money, keine Pflicht, unendliches Geld. Sorgt aber dafür, wie gesagt, dass man solche Modellstädte wie, ja, Cristobal Paradise jetzt zum Beispiel bauen kann. Weil die, wie gesagt, durch die ganzen speziellen Objekte eben nie ein positives Budget haben können. Die sind einfach viel zu teuer, die Sachen, die man da baut. Und genau, deswegen auf jeden Fall hier Unlimited Money aktivieren. Ich glaube, die ist auch standardmäßig dabei. So, Unlimited Trees Mod ist auch wichtig. Man hat eine fest begrenzte Anzahl an Bäumen, die man eigentlich pflanzen kann. Damit wird diese Anzahl eben aufgehoben. Man kann so viele pflanzen, wie man Bock hat. Absolute Pflicht. So, Unlock All ist auch cool. Damit werden direkt alle Gebäude zu Anfang freigeschaltet. Also man muss nicht erst nach und nach alles freischalten, sondern es ist direkt von Anfang an alles freigeschaltet. Und dasselbe hier auch mit Wonders und Landmarks ist quasi nochmal eine Mod, die da noch mehr freischaltet. Also hier wird teilweise nicht alles freigeschaltet. Mit dieser einzelnen Mod hier wird das dann wirklich vollständig, wirklich komplett alles freigeschaltet. So, und dann gibt es hier noch Zeitsprung. Das ist, wie gesagt, auch eine richtig coole Mod. Damit kann man nämlich, wie gesagt, die Zeit vorspulen, die Zeit zurücksetzen. Und man kann die Geschwindigkeit einstellen, wie die Zeit ablaufen soll. Und man kann einstellen, wie in welchem Winkel und Breitengrad die Sonne zur Erde stehen soll. Richtig geile Sache auf jeden Fall. Und genau, damit werden wir jetzt auch schon durch mit der Mod-Vorstellung. Es gibt hier natürlich noch Stile. Dieses europäische Stil hier, der ist dieser Baustil zum Beispiel. Und dann gibt es eben noch Kartenthemen, die ich auch natürlich noch aktiviert habe. Und zwar gibt es einmal dieses Kartenthema hier und einmal das hier. Ich habe aktuell immer Tropical Sunset an. Das sorgt einfach dafür, dass das Licht anders wird. Und krasser Unterschied gibt es von der neunten Folge zur zehnten, glaube ich. Oder von der achten zur neunten. Ich weiß es gerade gar nicht. Da sieht man das ganz gut, weil ich das einmal vergessen habe, beim Savegame zu laden. Da war direkt ein ganz anderes Licht. Genau. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben dalassen würdet. Oder auch ein Abo. Genau, ansonsten, ich werde jetzt direkt im Anschluss eine neue Folge City Skylines aufnehmen. Ich hoffe, ich kriege die heute am Samstag noch hochgeladen. Ansonsten, wie gesagt, gucke ich, dass die morgen kommt. Ich habe im Moment wieder wirklich viel zu tun. Auch heute, ich bin gleich auch schon wieder den gesamten Tag wieder unterwegs. Dementsprechend, es ist gerade wieder so ein bisschen kompliziert mit Aufnehmen, leider. Genau, ja. Planet Coaster muss ich leider auch noch, also was heißt leider, aber das muss ich halt auch noch aufnehmen. Dementsprechend, ja, schaffe ich im Moment City Skylines auch nicht mehr so heftig, wie das früher war mit täglich. Ich hoffe, ne, passt auf jeden Fall. Ähm, ich werde auf jeden Fall, sobald ich die Staffel abgeschlossen habe, euch auch nochmal zeigen, wie ihr genau, ähm, ja, dieses gesamte Kollektionspaket für das komplette Mod-Thema hier findet. Ja, an der Stelle dann, danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Wie immer natürlich, dann, ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bei mir im Fieses. Bis dann.